Ich will nicht drängeln, hab nur ne Frage. Und ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Wir sitzen jetzt hier seit über ner Stunde und wenn ich mich umgucke, seh ich nur Leute, die blöd rumquatschen oder ne Menge Kaffee trinken. Und kann ich Ihnen helfen? Oh, er war vor mir. Nein, ist schon okay. Das würd ich gern hören. Ich auch. Du hast recht. Wie bitte? Du hast recht? Wie schmeckt das, was da aus deinem Mund kommt? Wie ess ich? Wer ist das? Big Mike. Er ist hier auf der Highschool. Was hat er denn da an? Es ist eiskalt. Weißt du, wo du heute Nacht schlafen kannst? Wag es ja nicht, mich anzulügen. War das keine gute Idee? Das ist schon dabei. Ist doch nur für eine Nacht. Es ist doch nur für eine Nacht, oder, Leanne? Gibt's was Bestimmtes, was ich über dich wissen sollte? Ich mag's nicht, wenn man mich Big Mike nennt. Leanne, ist das wieder so ne Charity-Sache? Ich muss mehr über seine Vergangenheit rauskriegen. Er war in sieben verschiedenen Einrichtungen. Sein Notendurchschnitt ist nicht zu verschlechtern. Er muss in der Schule besser werden. Ich würde gern mit ihm arbeiten. Das ist meins? Ganz genau. Ich hätte noch nie im Leben eins. Was, ein eigenes Zimmer? Ein Bett. Michaels Noten sind so viel besser geworden, dass er im Football-Team mittrainieren darf. Wie macht er sich? So ganz hat er den Bogen noch nicht raus. Das, was Sie da machen, ist ja alles ganz nett. Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie eines Tages aufwachen und er ist weg. Ich hab gehört, du hast jetzt eine neue Mama. Ich schaff die Mutter. Michael war hier. Er lässt besser nachts ein Auge offen. Wenn du meinem Sohn drohst, dann drohst du mir. Sandra Bullock. Wir sind mitten im Training, Leanne. Du kannst dich später bedanken. Dieses Team ist deine Familie, Michael. Du musst sie beschützen. Tony hier ist dein Quarterback. Du bewachst seine ungeschützte Seite. Wenn du ihn siehst, denkst du an mich. Ja, Ma'am. SJ, das musst du unbedingt finden. Mike ist der beste Spieler, den ich seit Jahren gesehen habe. Du veränderst dein ganzes Leben. Nein, er verändert meins. Blindside. Die große Chance. Ich hatte gesagt, du kannst dich später bedanken. Jetzt ist später.